So, willkommen zurück zum Kapitel 2. Die verhärten Inseln. Am nächsten Tag inspizieren Mariev und ihre Beobachterin an den Küsten einer geheimnisvollen Inselkette einige uralte, aber doch merkwürdig bekannt aussehende Ruin. Herrin, wir folgten Illidans Kurs nach Osten, wie ihr befahlt. Aber diese seltsamen Inseln sind auf keiner unserer Karten verzeichnet. Das hatte ich vermutet. Die Inseln scheinen erst jüngst geformt worden zu sein. Wie kommt ihr darauf? Die Ruinen um uns herum, Nysha. Ich erkenne sie. Dies war einst die große Stadt Surama, die erbaut wurde, ehe unsere Zivilisation vor zehntausenden von Jahren im Meer versank. Aber wie kann... Wollt ihr andeuten, diese Inseln wurden irgendwie vom Meeresgrund geborgen? Möglich. Doch gibt es wenig Mächte auf der Welt, die Inseln aus der Tiefe heben könnten. Wie auch immer, dieses Rätsel müssen wir später lösen. Wir gehen besser ins Landesinnere und schlagen ein Lager auf. Wenn das geschehen ist, nehmen wir Illidans Fährte auf. Jawohl. Hier, Schwestern, errichten wir einen Stützpunkt in diesem Gebiet, damit wir die Jagd nach Illidan fortsetzen können. Die Jagd wartet. Oh, hier haben wir Schiffe, okay. Wir müssen uns sputen. Voll, voll, okay, das ist schon mal nicht schlecht. So, dann gehst du gleich hier hin. So, jetzt haben wir hier halt Urturm der Wunder. Das ist das neue Gebäude. Und damit können wir halt Gegenstände kaufen und verkaufen. Achso, da habe ich schon einen. Urturm der Wunder Neustgebäude. Sie können beim Urturm jetzt Gegenstände kaufen. So. Und dann würde ich eigentlich vorschlagen, dass ich hier diesen ganzen Quatsch direkt verkaufe. Weil das alles brauche ich nicht so. So. So, Maya für Stufe 3. Ich werde als nächstes den hier, das Beflügeln leveln. Damit das halt alles schick ist. Du bist Nummer 3. Du bist bald so weit. So. Und Upgrades liefen immer relativ schnell hier. Wir müssen uns sputen. Die Schuldigen werden leiden. Gerechtigkeit wird geschehen. So, hier ist irgendwas, okay. Eure Gebäude ist fertig. So, Hunter können wir schon machen. So. Ah, ich brauche Mund fronten. Okay, ähm, so. Jetzt ist es ja coolerweise so, bei der Erweiterung, dass, ähm, jetzt das Limit nicht mehr 40 ist, bis man Abkipp bezahlen muss, sondern, äh, 50. Das ist schon halb besser, so. So. So, du drückst ganz schön so. Tolle der Kraft können wir auch direkt verkaufen. Jetzt steht hier auch immer gleich, was der Preis dafür ist. Wenn ich das verkaufe, ist das mir nicht ganz angenehm. So, keine Ruhe oder irgendwas. Ich kann nicht mehr warten. Euer Gebäude ist fertig. Ich fand alle magischen Effekte, das ist nicht schlecht. Euer Gebäude ist fertig. Irgendwo da draußen. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ja, nehmen wir direkt so. Euer Gebäude ist fertig. Oh. Also haben wir noch einen Goblin-Shop? So, okay. Jawoll. So, wollen wir mal die Holz abpründern? Vielleicht ist da jetzt mal was drin. Für Gerechtigkeit. So, Forschung ist abgeschlossen. Okay. Es ist mehr Holz erforderlich. Forschung abgeschlossen. Es ist mehr Holz erforderlich. Mehr Holz erforderlich. Wir müssen uns sputen. Hier ist nichts zu holen. Schade. Ich werde die Jagd beenden. Für die Beobachterinnen. Gerechtigkeit wird geschehen. So, wir können auf jeden Fall noch mindestens eine Jägerin machen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Okay, hier gibt es wirklich nichts. Das Ende rückt näher. Elidan ist irgendwo da draußen. 39, 40. So. Wir müssen uns sputen. Ich werde die Jagd beenden. Aha, hier kommt schon was. Kommen halt entweder von... Ja, die kommen wahrscheinlich von hier. Und sie scheint hier das als normale Fähigkeit zu haben. Nicht, dass man das sonst immer... Dass man das nur einmal benutzen kann. Ich kann nicht mehr warten. Wie es aussieht, ist interessant zu wissen. Ich gehe im Schauschen abgeschlossen. Und... Na, macht ihr den Baum. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Okay. Wir müssen uns sputen. Also da kann man irgendwie langen. Das Ende rückt näher. Ich habe keine Furcht. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Die Jagd wartet. So, wie weit ist da jetzt das Geld? Okay. Also hier ist ja auch wieder unten irgendwas. Okay, das ist gut gerissen. So, ein Wissen kann es noch sein. So, zweite Goldmine haben wir bisher noch nicht gefunden. So. Hier gibt es immer so einen Mondstein zu kaufen jetzt. Der ist halt ganz cool, weil... Damit kann ich immer sofort dafür sorgen, dass Nacht ist. Und, äh... Die Mondbrunnen füllen sich halt bei Nacht immer nur auf. Das ist dann sozusagen ganz schick. Okay. Geh, Urtum des Wissens können wir machen. Geh, U. Dann können wir auch eigentlich erstmal so machen. Wupp, wupp, wupp. So, Urtum für... Für Triaden. So. Okay, so. So, also zack. Eins, zwei, drei, 38, 39, 40. Und hier unten ist irgendwas auf der Insel. Schauen wir mal gleich nach. So. So, jetzt kann man die Krabben hier angreifen. Jetzt sind die feindlich, so. Geh ich erstmal hier unten lang, bevor ich nach oben gehe. Okay, hier ist nix. Gerechtigkeit wird geschehen. So, haben wir hier ein bisschen Mini-Gold eingesammelt. Und die machen hier auch coolte Hexenlinge. Das ist ein Menschenköpfer, sitzt hier. Elidan ist irgendwo da draußen. Auf euer Zeichen. Die Zeit ist gekommen. Euer Gebäude ist fertig. Okay, er ist noch nicht fertig. Wir verleuten hier unsere Zeit. Gerechtigkeit wird geschehen. Euer Gebäude ist fertig. Kein Wort mehr. Die Jagd wartet. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich warte auf euch. So, hier geht's weiter. Euer Gebäude ist fertig. Ah, ich hab Droiden. Das ist sehr gut. Wir müssen uns sputen. Auf euer Zeichen. Ich habe er da für die Schuhe. Elidan ist irgendwo da draußen. Okay, weil Droiden sind sehr, sehr hart. Ich kann nicht mehr warten. Wir müssen uns sputen. Fassung abgeschlossen. Wir sind am Tug. So, hier ist nix. Ich warte auf euch. Aber hier drüben ist irgendwas. Da müssen wir sowieso mit unseren Schiffen langen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Alles mit den Druiden ist sehr, sehr cool. Okay. So, entladen wir hier. Dann können wir uns mal in die Schildschrücken. So. Elidan ist irgendwo da draußen. Wie ihr wünscht. Gerechtigkeit wird geschehen. So, du sollst eigentlich nicht drauf gehen, so. Wie die Götter auf euer Zeichen. Wir müssen uns sputen. Gerechtigkeit wird geschehen. Okay, das war's hier schon. Okay. Ihr seid am Tug. Ich dachte, jetzt ist hier irgendwie ein bisschen mehr, aber okay. Forschung abgeschlossen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Auf euer Zeichen. Also, euch werden wir gleich nochmal brauchen. Ach, hier kann man auch, äh... Also, man kann hier nicht nur Transportschiffe kaufen. Sondern auch, äh... Sondern auch so Fregatten. Und das ist jetzt so. Vorher konnte immer nur der Held das machen. Und jetzt können das halt alle machen. Das ist ganz cool. So. Gleich noch ein Whist. Und eigentlich... Aber 70 stimmt wieder, oder? Bis 80, okay. So, dann gehen wir hier bauen, so. So, ihr seid alle voll, so. Okay. So, du hast es auch zu... So, drittens, okay. So, Drüsen sind relativ teuer, so. Aha. Meeresriesen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Unser heiliger Heimweg ins Wald. Jetzt kommen wir die Naga an. Tötet sich, Schwestern! Tötet sie alle im Namen der Kaiserin. Jawohl. Aber jetzt ist es so, das war bei der Erweiterung jetzt. Erst so, ich dachte, das ist im ersten... Also, im Normalfall auch schon so. Können die Bäume halt angreifen, wenn sie nichts bauen. Das ist halt auch ziemlich nice. So, bevor der mir hier abbrennt, ist es geschossen. Wir verleugnen hier unsere Zeit. Auf euer Zeichen. Okay, du bist geheilt, so. So, jetzt war hier irgendwie nichts von dem. Das heißt, wir müssen hier bestimmt wieder rumlaufen, so. Müssen wir nämlich uns hundertprozentig irgendwie hierhin teleportieren, damit wir alles noch finden. Also, sie ist gekommen. Die Schuldigen werden leid. Also, sie ist für mich... Ja, genau. So, Energieanhänger ist schon mal was. Das Ende rückt näher. Ah, die weite, weite Welt. Ich kann nicht mehr warten. Das Ende rückt näher. So, die weite, weite Welt. Aber 10 kann ich gleich noch haben an Food. Okay. Okay. So, 180 kostest du, ne? Ja. Nicht genügend Gold, nicht genügend Gold, nicht genügend Gold. Die Jagd wartet. Das ist der Ruf der Natur. Forschung abgeschlossen. Forschung ist irgendwo da draußen. Ein Ork. Ich rieche den Gestank von Dämonen an ihm. Seid unbesorgt, Fremdling. Dieser alte Wanderer hegt keinen Groll gegen euresgleichen. Ich bin Drachtul. Einst mächtiger Hexenmeister des Stormriver-Plans. Und jetzt der letzte meiner Art. Was macht ihr denn hier? Verzeiht, Lady. Doch mich plagen rastlose Geister. Sie verfolgen mich Tag und Nacht seit bald 20 Jahren. Wenn ihr sie für mich zum Schweigen bringt, erzähle ich euch vielleicht meine Geschichte. Ich denke darüber nach. Ah, die weite, weite. Also, er wird halt geplagt. Unser heiliger Hain wird entweiht. Okay. So. Wir müssen uns sputen. Was ist der Ruf der Natur? Elidan ist irgendwo da draußen. So, hier haben wir noch einen Hafen. Wir müssen uns sputen. So, Heilschutzhauber sind extrem gut. Aber ich gehe erst mal da rüber gleich. So. Upgrades sind fertig. Gerechtigkeit wird geschehen. Ah, hier ist eine Hydra. Okay. Okay. Wir müssen uns sputen. Denn wir erobert. Unser Zeit ist... Okay, er passt ja echt sehr viel rein in die Schiffe. Okay. Habe ich ein bisschen anders gedacht, aber okay. Aha. Und hier haben wir halt eine Basis-Fundhäne. Okay. Und hier haben wir halt geplagt. Okay. Wir verloben unsere Zeit. Was ist der Grund der Natur? Der Autgänger. Vernichtet sie rasch. Schwarz. Sofort. Elidan ist irgendwo da draußen. Natürlich. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich habe dafür geschehen. Das ist der Ruf der Natur. Also die Türme greifen halt immer die schwächsten Einheiten an, also das tun die Einheiten ja sowieso ganz oft, das macht es dann halt doch manchmal ein bisschen schwer, muss man halt immer aufpassen, dass die schwächsten Träaturen nicht getötet werden. Was ist der Ruf der Natur, wie du wolltest? Hastet meinen Speer, die Jahn ist alt. So schnell mit dir weg. Elidane ist irgendwo daraus. Gerechtigkeit wird geschehen. Okay, so. So, darüber müssen wir auch noch gleich, so. Erstmal hier alle ein Schiff, bitte. Na, rein hier. Unsere Krieger greifen den Feind an. Komisch, dass der, dass die hier nicht so aus der Hüfte kommen. Komisch, dass der jetzt nicht einsteigen will, ist schon wieder irgendwie so ein merkwürdiger Wack, so. So, Baum des Lebens, klatschen wir mal hier hin und dann weiß ich gar nicht, ob wir so viel überhaupt brauchen hier. Eins, zwei, drei. Okay, dagegen bist du nicht immun, okay. So, okay, soweit das erste Mal, ist okay. Okay, so, Schiffe. Gehen wir noch schnell die Ecke hier abklappern, bevor es halt nach oben geht, so. Was soll jetzt, verstehe ich, okay. Gerechtigkeit wird geschehen. So, dann. Dann bauen wir mit euch beiden hier sowas. Baum des Lebens ist schon fertig, okay. So, zack, zack. Was ist der Huf der Natur? Mann, 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 passt da immer hier rein. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Gerechtigkeit wird geschehen. So, kriegen wir hier mal. Feierbeutel. Gerechtigkeit wird geschehen. Was ist der Huf der Natur? Wir verdäuben hier unsere Zeit. Zielt genau ins Schwarze. Die Jaktart hat der Müer. Oh, soll ich zugeschlafen? So, das kann jetzt tatsächlich aber nur ein Held aufnehmen. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Zeit ist gekommen. Na, ihr sollt hier alle rein. Meine Fresse, was ist denn euer Problem? So. Und hier unten war irgendwie der Hydra. Ist fertig. Hier. So. Die wollen wir auch noch. Die hat nämlich bestimmt irgendwas Nettes für uns. Gibt es Ärger? So, teils meiner Vitalität ist schon mal was. So. Hallo. Gerechtigkeit wird geschehen. Mein Weg ist frei. Gibt es Ärger? Okay. So, scheinbar können wir uns noch einen leisten. So, okay. So, ich dachte, die kosten vier. So. Hier können wir auch lang, aber die Quests müssen wir auch noch eben erfüllen. So. Dann lade ich das mal hier eben ab. Waren meine anderen Schiffe? Waren die nicht hier? Okay. Aber meine Goldmine müsste hier fertig sein. Hier sind die anderen Schiffe so. Dann lade ich hier ab. Gehe hier kurz rum. Weil ich weiß jetzt nicht, ob die, äh, ob da irgendwas so ist. Weil ich hab halt keine Lust, dass die... Naga, ihre Anwesenheit hier ist eine Sünde an der Natur. Naja, ich weiß nicht, ob die als Teil der Natur dann nicht doch irgendwie so sind, aber okay. Okay, aber man scheint hier halt rüber gehen zu können, okay? Die Jagd wartet. Die Jagd wartet. Was ist der Hof der Natur? So, dann seid ihr jetzt Gruppe 4 hier. So, dann setzen wir mal rüber. Und ihr solltet natürlich auch mit, weil vielleicht brauchen wir euch. So. Kriegt ihr ein ganzes eigenes Schiff. So. Und ihr braucht aber zwei Plätze, okay. Weil das Ding ist, weil wir können von Nagern halt im Wasser angegriffen werden. Das wäre halt ein bisschen doof, aber okay. So, ich glaub wir müssen diese Dinger hier kaputt machen. Das müssen die Geister sein, wie der alte Ork erwähnte. Sie scheinen ihre letzte Schlacht wieder zu durchleben. Brutal und blutrünstig, wie sie es im Leben auch stets gewesen sind. So, lassen wir sie mal hier in Ruhe. Was ist der Ruf der Natur? Gerechtigkeit wird geschehen. Gerechtigkeit wird geschehen. Okay, sehr gut. Was werden wir in Ruhe? Euer Gebäude ist fertig. So, jetzt sehe ich hier keinen Skelett-Autopack. Ach da, okay. Gerechtigkeit wird geschehen. Was ist der Ruf der Natur? Wir müssen uns spuchen. Ich kann nicht mehr warten. So, bringst du irgendwas? Fängt ihr und zwingt ihr den letzten Augenblick? Okay. Gerechtigkeit wird geschehen. So, schnell mal hier hin. Schnell mit Mario, so. Bauen wir noch eine Banister hier. Die kommt doch noch schnell mit. Die Jagd wartet. So, wir kriegen jetzt auch bestimmt irgendwas total Wertloses. Die Schuldigen werden leiden. Die Toten plagen euch nicht mehr, alter Ork. Ab Dank, Fremdling. Nun hört meine Geschichte. Vor fast 20 Jahren hob der große Hexenmeister Uldan diese Inseln aus der Tiefe. Er wollte die uralte Gruft bergen, in der sich die Überreste des dunklen Titanen befanden. Sagarras! Sagarras! Ihr sprecht von Sagarras, dem Schöpfer der Legion! Eben dem. Wo Äonen, nach Sagarras Niederlage, wurden seine Überreste in einer unterseeischen Gruft eingeschlossen. Uldan glaubte, die Macht des dunklen Titanen ginge auf ihn über, wenn er die Gruft öffnete. Durch seinen Hochmut wurden er und der Rest unseres Clans von irren Dämonen in Stücke gerissen. Seither ziehe ich über diese Inseln und werde von den Geistern meiner ermordeten Kameraden heimgesucht. Eure Geschichte ist so fesselnd wie Abstoßentraktool. Ein Jammer, dass eure Geister verstummt sind. Für das, was ihr hier entfesselt habt, verdient ihr Schlimmeres als ihre Gesellschaft. So, dafür haben wir jetzt eine Ruhe der Weißen. Okay, ist jetzt nicht super schlecht, aber gut. So, das war's mit Quests, ha? Unentdeckter Hauptquests, okay. Wir vergaugen hier unsere Zeit. Unser Zeit ist knapp. So, vergaugen hier unsere Zeit. So. Was ist hier noch in der Luftfrischung? Ha, 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 ha. So. Gerechtigkeit wird geschehen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Hier, siehst du hier was? Hier geht's direkt weiter, so. Elidan ist irgendwo da draußen. Ich mach mit. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich warte auf euch. So, heile kleine Elfen. Ich muss mal schnell den hier abholen. So. Du wirst dann zurück. Drei gehören gleich. Ihr seid am Zug. Ich warte auf euch. Ja, aber wir haben einen unentdeckten Hauptquests, das ist schon mal was. Ah, hier ist noch eine Goldenwiene. Okay. Das ist irgendwo da draußen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wir müssen uns spüren. Ja, da gehst du mal so ein Bisspullen. Das haut jetzt so hin, wenn ich mir das vorstelle. Ja. Aber Schiffe sind nicht die schlauesten und Bisspullen auch nicht. Also, dass er jetzt schon wieder stehen bleibt, das ärgert mich unglaublich. Okay, dann wollen wir mal ein Land und dann glaube ich nämlich, dass das hier links eine einfache Landmasse ist. Das ist eine einzige, was er gesagt hat. Einst standen große Bäume hier. Zwillings-Espen, die Geäst von Azara genannt wurden. Sah man sie, erfuhr man wahren Frieden, wahre Erfüllung. Nun sind sie mit den Hoffnungen und Träumen einer Generation verschwunden. Mhm. Wir müssen uns spüren. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Es soll geschehen. Wir müssen uns spüren. Ach, da brauchen wir uns nicht. Aber wir müssen nochmal so ein Hafer. Die Yalu wartet. Gibt es Ärger? Was mich interessieren würde. Die Schiffe, kosten die was hier? Zwei. Ach, er kostet auch eine. Okay. Sonst kauft ihr hier gleich irgendeine Schippe raus und dann gehts los. Die Jagd ist fertig. Ja, 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 ja. Hier, versteck dich mal. Ach, ne. Die Jagd wartet. Natürlich. Gerechtigkeit wird geschehen. Das ist okay. Die Zeit ist gekommen. Die Jagd wartet. unser heiliger heim wird entweiht wieder diese garstigen schlangen keine darf überleben so ihr seid jetzt in Gruppe 5 erstmal unser heiliger heim wird in Position ich gehe im Schatten das ist jetzt halt extrem gut mit dem aber weil gegen Friedrich hat man nicht wirklich nichts machen ja ich krieg noch mal ein Bruder ich habe Waffe geschworen hier gibt es irgendwas der Kanon oder so? ok Stichschaden, ja oh jetzt geht es hier durch werden wir erobert? Gerechtigkeit wird geschehen Elidan ist eher gut hier ich erinnere mich an diese Städte das war einst die große Bibliothek von Isal Jura hier gibt es kein Wissen mehr nur Albträume und die Schatten des Bedauerns ok das Inventar ist voll mal gucken, dass wir nicht mehr, dass wir überstanden haben ehrlich gesagt, wenn wir aus dem Meeresgrund kommen die Jagd wartet die Schuldigen werden leid die Schuldigen werden leid mein Gehirn ist frei so fang auf oh mal gibt es hier dann einen kleinen Brillanten oder auch was ist der Ruf der Natur die Jagd wartet mal sehen, was wir für den kriegen wollen wir vergolden hier unsere Zeit die Jagd ist eröffnet die Jagd ist eröffnet Gerechtigkeit wird geschehen hallo werden wir erobert? wir vergolden hier unsere Zeit die Jagd wartet was ist der Ruf der Natur macht komisch, dass wir hier in dem Blumen nicht miteinander spielen also dass da keine Brillanten sind oder so gibt es Ärger? wenn es hier schon eine Video-Trip ist ist so und wir können wir kommen hier nicht durch gehen wir müssen uns spulen Elidan ist irgendwo da draus das ist recht ich muss haben Gerechtigkeit wird geschehen das ist der Ruf der Natur die Jagd wartet hallo gibt es Ärger? meine Kraft gehört euch so jetzt geht es hier rein jetzt wird es alle raus hier geht es hier rein jetzt wird es alle raus jetzt geht es hier rein jetzt haben wir alle raus so wir werden die Dienste also hier die Dienste Ich bin wach, ich bin wach. Wir verleugnen hier unsere Zeit. Unsere Krieger greifen den Feind an. Meine Kraft, girl. Wir müssen uns sprechen. Werden wir erobert? Wir verleugnen hier unsere Zeit. Okay, verloren einfach mal zurück. Aber wir gehen natürlich schon wieder. Gerechtigkeit wird geschehen. Das ist der Ruf der Natur. Unsere Krieger greifen den Feind an. Jetzt wundert mich mit der Quest, okay. Wir verleugnen hier unsere Zeit. Werden wir erobert? Unsere Krieger greifen den Feind an. Wir verleugnen hier unsere Zeit. Göttin, erleuchte meinen Weg. Unsere Krieger greifen den Feind an. Gerechtigkeit wird geschehen. Gibt es Ärger? Unsere Zeit ist knapp. Wo soll ich zuschlagen? Mein Weg ist frei. Meine Kraft gehört euch. Auf Wachbossen. Absolut. Oh, gibt's? Ich bin bereit. Ihr seid ab. Elidan ist irgendwo da draußen. Der Schläfer ist erwacht. Unser Zeit ist knapp. Auf euer Zeichen. Hallo Dora. Wofür soll ich das beschlagen? Wofür soll ich das beschlagen? Endlich. Das Grabmal von Sargeras ist gefunden. Ihr, meine getreuen Diener, müsst hier bleiben und den Eingang bewachen. Wenn die elende Wächterin diese Insel erreicht hat, versucht sie gewiss uns zu folgen. Elidan. Ich wusste wir würden ihn finden. Wir müssen die Verteidigung der Nager überwinden um ihm zu folgen. Vor langer Zeit sperrten wir Elidan unter der Erde ein. Und so soll es wiederum geschehen. Okay, eigentlich musste ich hier gar nicht mehr auf die Warten denken, aber... Gerechtigkeit wird geschehen. Gerechtigkeit wird geschehen. Elidan ist irgendwo da draußen. Gerechtigkeit wird geschehen. Elidan ist irgendwo da draußen. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Ich warte auf euch. Gibt es Ärger? Hallo? Werden wir erobert? Hallo? Hallo? Meine Kraft gehört euch. Wir müssen uns sputen. Elidan ist irgendwo da draußen. Wir werden gerechtigkeit für unsere Zeit. Hallo? Die Wart wartet. Mein Weg ist frei. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Sofort. Hallo, Dorn. Und wer schreit? Hallo? Hallo? Ja, das ist ein healer Arm. Oh, Mann, du sagst... Oh, Mann! Du bist ja eingestürzt. Okay, ich schaue dir auch nicht mehr auf die Warten. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Faden uns auch nicht mehr so viel zu weit. Was mich so gut hat, ist wie siehst du hier immer auf die Warten zu bringen. Ich muss mich nicht haben, nein, kein ganz拍verhalten. Königswache ist schon echt nicht schlecht, ey. So, jetzt wird so eine Sache, jetzt wird es langsam schwer mit Gegenständen, weil wir schon ganz coole haben und es wird halt noch viel besser. Und jetzt in dem Level gibt es aber so eine Fragmente. Die möchte ich dann natürlich haben. So, dann gibt es jetzt einen Cut. Und dann geht es weiter mit Kapitel 3.